Ich bin auf Twitch super aktiv. Und ich brauche euch alle dort auf Twitch. Dort heiße ich Akku, Power, Twitch. Akku, Power, Twitch. Unbedingt mal ein Sub dalassen. Da könnt ihr mich mit unterstützen. Die Twitch Prime Subs sind sogar einmal im Monat kostenfrei für euch. Also, viel Spaß bei dem eigentlichen Video. Peace. Nein, ich bin jetzt kein Turban-Träger. Ja, ich liege hier nur rum und habe jetzt gerade Bock, mit euch zu reden. Der eine oder andere hat auch geschrieben, so, ja, du gibst dir keine Mühe, guck mal hier, du liegst da. Und so, hey, Dicker, der Inhalt meiner Videos ist wichtig. Es gibt genug Hipster-YouTuber, die tausende von Euro in so ein Studio investieren und dann schickimicki da sitzen und dann den größten Bullshit labern. Ja, es gibt genug große YouTuber, die einfach nur Hightech-Equipment benutzen, aber der Inhalt ist halt Bullshit. Diese ganzen Prank-YouTuber und diese ganzen, was gibt es da nicht alles für Müll. Ja, so, der Inhalt ist bei mir wichtig. Also, wie gesagt, ist einfach nur eine gemütliche Stimmung. Ich habe auch überlegt, so, ich habe die besten Einfälle, habe ich immer mitten in der Nacht, wisst ihr das? So, irgendwann so 11, 12, 1, 2 Uhr nachts, irgendwie so, weißt du, so, da kommen einem die heftigsten Gedankengänge und so. Und da will ich einfach mal demnächst die Kamera auspacken und einfach mal mit euch reden. Weil, wenn du dir vornimmst, ein Video zu machen, ja, dann setz dich da hin und dann manchmal ziehst du dir auch die Themen aus den Haaren und manchmal, da gibt es so Momente, du liegst so alleine im Bett, so, weißt du, du hast tausend Gedanken, kennt ihr das so? Mitten in der Nacht oder irgendwann, wenn ihr so mal Ruhe habt, wo alles andere egal ist und so, ne, und dann kommen euch die geilsten Gedankengänge. Egal, lange Rede, kurzer Sinn, also, ihr werdet öfter mal solche Videos auf meinem Kanal sehen, ja. Und zwar reden wir heute über das Thema, sie geht in die Disco wegen der Musik. Ich habe im Laufe meines Lebens, mein Leben dauert ja schon mittlerweile mehrere Jahrzehnte, sehr oft Frauen kennengelernt, die erzählt haben, ja, ich gehe aber nur in die Disco wegen der Musik. Im Übrigen, wer aus Köln, Düsseldorf, Hamburg, also Großstädte kommt, Frankfurt, München, wie auch immer, so diese Berlin und diese ganzen Großstädte, Dortmund, wie auch immer die Städte alle heißen, ja. Ich rede jetzt nicht von Dorfdiscos, wobei, doch, Dorfdiscos würde ich doch mit reinnehmen, aber viel eher rede ich von Großstädten. Jeder kennt das, in der Großstadt gibt es immer ein paar Discos, wo, sage ich mal, wir Männer wissen, alles klar, wenn du da reingehst, ne, da geht immer was, ihr versteht schon, ne, so, frauentechnisch, also, ich will das ja, ich muss es ja nicht aussprechen. Es gibt so Discos, die sind so, so, wie soll man sagen, ähm, da gehen die Leute hin, die was Schnelles suchen, sowohl die Frauen als auch die Männer, ne, so. Äh, nur, ist es halt so, ähm, wenn, wenn du dann eine Frau kennst, von der du vielleicht was gehalten hast, ja, wo du sagst, okay, boah, die Frau ist doch was Tolles und so, und die denkt, oder die weiß, dass du, äh, große Stücke auf ihr hältst, ne, so, dann erwischst du sie auf einmal da in, in der Disco oder vor der Disco und du sprichst sie drauf an, ja, wie, was machst du hier und so, ne, also, ich bin sowieso einer, ich gehe schon seit Jahren nicht mehr, äh, in die Discos rein, weil, ich hab in der Verwandtschaft Leute, die mit der Musikszene zu tun haben und, äh, ich war die letzten 15, 20 Jahre, oder nee, 15, sogar mehr, 20, 22 Jahre, in jeglichen Discos, die ihr euch vorstellen könnt. Ich war, ähm, in Holland in Großraumdiscos, alle Großraumdiscos, mehr oder weniger in Deutschland, von oben bis unten, von links nach rechts, alle schon durch, und, äh, für mich ist Disco schon Ewigkeiten kein Reiz mehr, deswegen, wenn ich in die Stadt gehe, hier in Düsseldorf, dann bin ich eher so am Spazieren, frische Luft schnappen, ein paar Leute treffen, ein bisschen quatschen, ein paar, äh, Sonnenblumenkerne essen und so weiter und so fort, aber kommen wir mal zurück zum Thema. Wie oft ich in meinem Leben Frauen, von denen ich große Stücke gehalten habe, also, auf die ich Wert gelegt habe, in solchen Discos erwischt habe, und jeder von euch kennt das, jeder, der schon ein bisschen alt genug ist und so, dann sagen die immer, ja, ich weiß, die Disco ist so und so, aber ich gehe da nur wegen der Musik hin. Und ich kann euch aus Erfahrung sagen, und ich möchte auch eure Erfahrung wissen, auch für die jüngeren Zuschauer, Wenn ihr Frauen in solchen Discos erwischt, ne, so, dann zu 99,9% ist das nicht wegen der Musik, sondern es geht darum, die wollen dort auffallen, die wollen Aufmerksamkeit und viel mehr. Sprich, aufgegabelt werden oder was selber aufgabeln und dann, ne, so hintenrum, ihr kriegt das in der Disco vielleicht gar nicht mit, aber hintenrum treffen sie sich dann und dann geht's zur Sache. Diese Ausrede mit der Musik stimmt bei den wenigsten Frauen. Es gibt natürlich immer Ausnahmen oder so, ich will jetzt nicht alle Frauen über einen Kamm scheren oder so, aber das ist eine komplette Ausrede. Und ich möchte eure Meinung wissen, wenn ihr jetzt, sag ich mal, 23, 24, 25 aufwärts seid und habt schon ein paar Jahre Disco-Leben vielleicht hinter euch, egal aus welcher Großstadt, ihr könnt ja mal auch die Stadt dazu schreiben. Hier in Düsseldorf gibt's Discos, wenn du eine Frau da drin siehst, dann weißt du direkt, was das für eine Frau ist. Da gibt's kein links, kein rechts. Und, äh, ja, was will ich euch damit sagen? Wisst ihr, es gilt aber auch für Männer, ne, also wenn ihr Frauen seid und ihr erwischt diese Männer in diesen Discos, dann wisst ihr, was das für Männer sind. Die sind halt so drauf zur Zeit und dann ist das halt so, ne, also, falls eine Frau zuguckt, ne, so, es gibt's auch umgekehrt, aber die meisten meiner Zuschauer sind Männer und ich will euch warnen, fallt bitte niemals auf diese Ausrede rein, von wegen, ja, ich bin in dieser Disco nur wegen der Musik. Das ist, das ist eine hundertprozentige Ausrede. Sehr wenige Ausnahmen, weil ihr müsst auch wissen, zum Beispiel hier in Düsseldorf, das ist ja eine Touristenstadt, ja, das ist eine Touristenstadt und sagen wir mal, hier sind, äh, ein paar Frauen, die hier ein bisschen, äh, unterwegs sein wollen, die wissen ja nicht, welche Disco, welches Publikum beinhaltet, ja. Es kann sein, dass die jetzt einfach einmal in dieser Stadt sind und die haben jetzt zufällig diese Disco gefunden, sind reingegangen, von mir aus, das kann sein, und aber wenn ihr eine Frau kennt, die wirklich in dieser Stadt wohnt, ja, zum Beispiel in meinem Fall Düsseldorf, wenn ich weiß, okay, die ist seit Jahren in der Düsseldorfer Altstadt, wo die ganzen Discos sind, ne, dann, dann weiß man, okay, wenn sie gezielt in diese Disco reingeht, dann sucht sie auch das, was da in dieser Disco, ähm, sag ich mal, geboten wird, nämlich schnelle Nummer mit, äh, äh, dubiosen Männern und, äh, zwielichtigen Gestalten. Und, ähm, ja, ich darf leider keine Namen nennen, weil ihr wisst, ihr wisst, wie das ist, so, ne, so aus rechtlichen Gründen und so weiter, aber jeder kennt diese Discos, die Leute, die aus Düsseldorf kommen, ähm, und, äh, also, was mich zum Beispiel auch wundert, ne, in vieler, in vielen dieser Discos sind auch Minderjährige unterwegs, ne, so, irgendwie, ich weiß auch nicht, wie die da in diese Discos kommen, um ehrlich zu sein. Einfach unter 18 und die sind in diesen Discos unterwegs und ich hab früher immer gedacht, so, ey, das wird streng kontrolliert, aber anscheinend nicht so, also, keine Ahnung, ist auf jeden Fall, ähm, seltsame, eine seltsame Geschichte. und, ja, diese Ausrede, ich will Musik hören, mit meiner Freundin nur ein bisschen tanzen und so weiter und so fort, ich hab so viele Mädels kennengelernt, die mir im Laufe der letzten Jahre diese Storys verkauft haben, so, und ganz am Anfang hab ich das sogar noch, weißt du, ich wusste instinktiv, das kann nicht sein, oder so, ne, aber trotzdem hab ich so immer, weißt du, mal gutgläubig, und dann siehst du auch, nach ein paar Jahren läuft die auf einmal, äh, 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 mit dem Kinderwagen durch die Gegend, ne, so, und dann fragst du, und, wer ist der Vater? Bist du mit dem verheiratet? Lebt ihr zusammen? Nö, wir sind getrennt. Alles klar, kann ja mal passieren, denkt man sich, so, okay, da hat die ein Kind da und dann siehst du die irgendwie ein paar Wochen später wieder in der Disco, wo ist das Kind? Ich frag dann auch immer, ne, mich interessiert das ja, ich denk mir, ey, du hast doch ein Kind, wo ist das Kind? Ja, bei meiner Mutter, bei meiner Oma, wie auch immer, so, ne, bei meinen Eltern, dann treibt die sich wieder in derselben Disco rum, das Geile ist, die lernen ja auch nicht draus, ne, das ist so deren Jagdgebiet, so, weißt du, nicht, dass die dann irgendwie mal geläutert sind oder so, nein, und da wird rumgekotzt und bah, und ich will da gar nicht davon erzählen, das ist schon ekelhaft, ne, so, und dann ein paar Monate, ein paar Jahre später siehst du dich wieder mit einem Kind, einem Kinderwagen, so, und dann fragst du wieder, weißt du, weil die Frau hat dich ja mal interessiert, so, du, also rein optisch und ein bisschen so, hast du gedacht, okay, das ist so eine, da könnte man vielleicht mal ein Auge drauf werfen, dann könnte man gucken, so, ja, nee, mit dem bin ich auch schon wieder, ey, ich hab letztens, wie gesagt, guck mal, vor ein paar Jahren konnte ich sogar noch sagen, okay, das war Landsfrau so und so oder so, ne, so in etwa oder einen Vornamen sagen, aber mittlerweile lasse ich sogar Landsfrau weg, Vornamen weg, weil mittlerweile so, ne, ich hab keinen Bock, dass dann jemand auf mich zukommt und sagt, ja, wie, du hast, du hast aber gesagt meinen Namen und du hast meine Dings gesagt und hör doch auf und das ist doch nicht gut und so, deswegen, ich lass das mal weg, aber, ja, ganz krasses Beispiel ist eine tätowierte, braungebrannte, über das Thema müssen wir sowieso noch reden, ne, über das Thema müssen wir noch reden, es gibt ein ellenlanges Video nur über das Thema, braungebrannte, tätowierte, gepierste und so, ne, kurvige, eigentlich wunderschöne Frau, eigentlich und die hat mittlerweile, wie viele Kinder hat die, vier, fünf, ich weiß es nicht, an sich ist das ja nichts Schlimmes, ne, wenn du irgendwie eine Familie gründest und hast vier, fünf Kinder, ist alles gut, aber, dicker, also, die hat, ich glaube, vier Kinder, fünf Kinder, irgendwie so und jedes einzelne Kind ist von einem anderen Vater und je, also, ich hab fast jeden dieser Väter flüchtig gekannt und teilweise auch gut gekannt, sag ich mal so, alles zwielichtige, zwielichtige Gestalten, ne, und ganz früher hat es mir so ein bisschen weh getan und ich dachte mir, ey, äh, warum hat sie zum Beispiel, ich hatte ein Auge auf sie geworfen und dann hab ich mir gedacht, ey, warum geht die immer zu so komischen Leuten und, ey, irgendwie scheint das Schicksal zu sein, ne, irgendwie scheint das, und mittlerweile, früher hat sie mich so ein bisschen so, die hat mich immer gegrüßt, die hat auch mit mir geredet, aber ich war für die so ein bisschen in Luft, aber mittlerweile kommt die an und dann versucht die Gespräche anzufangen, ich, wir reden auch und so und ich merke, so mit den Jahren, die ist jetzt auch schon über 30 und so und ich geb ihr vielleicht noch drei, vier, fünf Jahre, dann hat sie durch diese viele Feierei, Sauferei und was auch immer sie sonst so in dieser Disco macht und diese ganzen Geburten, die sie mittlerweile hinter sich hat, von dem einen Mann, dann von dem anderen und so, also, ich schätze mal, spätestens in drei, bis fünf Jahren ist die Geschichte abgelaufen und ja, dann lassen die Reize dann bei ihr auch nach und dann wird es immer schwieriger und schwieriger und ihr müsst die Finger dann am Ende von solchen Frauen lassen, nicht, dass ihr auf die Idee kommt, dann auf einmal Stiefvater zu spielen oder so, nicht, nicht, dass ihr dann so eine Frau, die ihr jahrelang, sag ich mal, haben wolltet, jetzt hat die mit, weiß ich, weiß ich, mit drei verschiedenen Männern, vier verschiedenen Männern, irgendwie so und so viele Kinder und hat ihr Leben gelebt und getan, solltet ihr auch machen, aber nicht, dass ihr dann am Ende auf die Idee kommt, dann so eine dann aufzunehmen und zu heiraten. Seid bitte schlau an dieser Stelle, ist nur ein guter Ratschlag. Ist mir letztens aufgefallen, das ist aber jetzt nicht nur ein Beispiel, ich habe so viele solcher Beispiele und das nimmt kein gutes Ende, so, weil, wie kommt ihr denn dann auf die Idee, dass mit drei, vier, fünf Männern nicht geklappt hat und ausgerechnet mit euch klappt das? Am Ende des Tages seid ihr Zahlemann und Söhne und bezahlt und habt dann, lasst es einfach sein. Ich will da gar nicht ins Detail gehen, wie gesagt, YouTube ist auch so ein bisschen komisch geworden, du kannst sowieso über nichts offen reden, ohne dass du sofort, ich würde euch sehr gerne viel mehr Details erzählen, die wirklich krass sind und die euch vielleicht weiterhelfen würden, aber ich weiß ganz genau, YouTube hat sich seit vier, fünf Jahren so krass verändert, du kannst über nichts mehr offen reden, von daher belassen wir es erstmal dabei, lasst die Finger von solchen Frauen und beobachtet die ganz genau, das ist immer dasselbe Schema und es gibt halt, wie gesagt, in jeder Stadt so eine Disco und solltet ihr da mal Frauen drin sehen, die ihr kennt, die dann erzählen, ja ich bin da wegen der Musik oder so, Knickers, Knickers, die sind nicht da wegen der Musik, klar, wenn die Musik da toll ist, kann auch sein, dass ein gewisser Prozentzahl, auch wegen der Musik, aber die haben ganz andere Ziele, Aufmerksamkeit, möglichst viele Männer und Aufmerksamkeit und dann über das Thema Instagram und so müssen wir auch reden, also ihr werdet die Tage noch von mir viel hören, also vielen Dank, wir haben das Video erfolgreich auf 13 Minuten gestreckt, schreibt doch mal in die Kommentare, wo wirklich die 13 Minuten durchgehalten hat und auch die ganzen, ne, ihr wisst schon, also schreibt mir in die Kommentare, wer bis zur letzten Sekunde drangeblieben ist und dann würde ich sagen, die nächsten zwei, drei Tage geht es wieder um Kraftsport oder um Sport allgemein und vielen Dank fürs Zugucken, dass ihr noch drangeblieben seid und denkt dran, ich bin auf Twitch super aktiv, Akko Power Twitch, so heiße ich auf Twitch, Akko Power Twitch, drei Namen zusammengeschrieben, Akko Power Twitch, lasst mir mal einen Sub da und unterstützt mich dort, weil seit Jahren hieß es ja, mach doch mal irgendwie Spendenkonto, dies, das und so, nö, so geht einfach auf Twitch, ich streame dort, lasst mir einen Sub da und dann wird alles gut, also in diesem Sinne, war mir ein Vergnügen für euch, ein Video gemacht zu haben, was euch Jahre an Ärger ersparen wird, meine Freunde, lasst die Finger von den Weibern, die in die Disco gehen, um Musik zu hören angeblich, da geht es um Arschwackeln und Aufmerksamkeit und Abschmatzen und so, verstehst du, gefährlich, also, bis dann, bis dann,